Wir haben für unsere Schilderproduktion eine One-Piece-Flow-Insel gemacht, für kleine Stücke zu zahlen. Wir haben dann gemerkt, dass der Aufwand, um diese Aufträge zu bearbeiten und einzulesen, höher ist als der effektive Aufwand, um diese Schilder herzustellen. Und dort kam dann das Hightech-Zentrum dazu. Die Schilder-One-Piece-Flow-Insel besteht aus einer Digitaldruckmaschine für Aluminium, einem Seiling-Automat zum Poren-Schlissen, einem Frästisch und einem Wasch-Automat. Damit ist der Prozess fertig und die Produkte bereit zum Verpacken und Verschicken. Für die ganze Insel mit dem administrativen Aufwand haben wir sicher mehr als die Hälfte von unseren ursprünglichen Kosten reduzieren können. Typischerweise für die Schilderherstellung hatten wir früher oder vorher vier Wochen Durchlaufzeit. Und jetzt gehen wir fünf Tage an. Die effektive Durchlaufzeit sind in ein paar Stunden. Also unser Startprodukt ist unsere Fernbedienung ohne Batterie. Die ist ganz dünn, hat keinen Verschleiss und läuft darum ewig. Wir können diese brauchen für Lichtschalter, Industriestaubsauger oder einen Ventilator usw. Ein viele Anwendungen sind hier dankbar.